Wo ist der, wo ist der Depp? Da ist der Depp, äh, einladen. Ey. Ey, ey, ey. Ey, mich nicht an. So, weiter. Oh ja, wir waren ja im Dschungel. Was hat er aus dem Dschungel zu kommen? kann man oder das sagen was war pp noch mal pp hentz ist heuer was ist das so gesehen und das pp gar sowas wie poggers ist poggers ja aber pp ist doch auch so ich bin hier bei mir hast du keinen kopf eine waffe hat eine komische textur war die neu die kenne ich noch kein kopf haben wir einen slot bekommen ja als letztes ja vier waffen habe ich das für eine waffe irgendeine ach das ist war glaube ich eine reward kann das sein ja für das 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 die händler glory Okay, we will see. Oh, nice Kopf! Das ist doch schon Kopf, Kapper. Ja, bestimmt. Äh, hier gibt's auch Shops, die müssen wir verkaufen. Also gucken. Verhandeln kannst du nicht. Und dann, wir können machen auch noch... Ach, ist schon diese. Was ist... Ach, ist schon diese. Mit dir mach ich immer gerne geschehen. Huch. Hey, wieso ist denn die Waffe gepflegt? Als schlecht? Das hast du getan, oder? Als schlecht. Aber warum? Weil du vielleicht verkaufen wolltest. Aber das ist doch ziemlich gut. Ach, wir probieren's einfach mal aus. I don't know. Okay, wo sind wir jetzt? Wir sollen zum Ambus. Wir können doch da schnell reißen, ne? Glaube ich. Ja, können wir. Ist das in Area oder Exus extern? Ist das, glaube ich, in Area. Also außerhalb. Nee, es gibt die Exus. Okay, dann muss ich wenigstens nicht selber reißen. Mal da hin. Mal tappen. Nein, danke. Das mach ich, Alte 4. Nope. Nope. Rechtsklick. Kick. Naja, hinterher ist doch ein Rechtsklick-Bann. Ich meinte jetzt in Game. Ja, wenn ihr Alte 4 drückt, dann wirst du so oder so gekickt. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du doch Horst ist. Ich bin Horst. Und wir fragen uns alle, was eigentlich mit Arsten raus ist. Wolfgang, pass auf! Der hat den Reiben verloren! Ach, das ist ja lustig. Mit meiner Wander habe ich dunkle Zeiten überstanden. Ich habe sie das letzte Mal gesehen und es war nicht zum Verhören geschaltet. Ich hoffe inständig, dass sie fliehen konnten. Dein Visier dreht sich? Ja, ich weiß es. Ja, so ein bisschen wie im Kompass. Also wie im Kompass. Ja, der Fadenkreuz. Das Fadenkreuz dreht sich im Scope. Die gleiche Waffe habe ich ja auch. Mach ich extra Schaden, wenn die übereinander stehen? Ach, keine Ahnung. Wie schlecht die Planeten. Ich glaube nicht, dass man da extra Schaden macht. Oh. Ich habe dein Blut. Also nehme ich deins. Aber das ist doch Genesis. Geht euch nicht. Geduld, wie hört sich ein Blut und schauzt? Nein,이없s! Ja, das ist ja nicht so. Alles. Mach wir nicht so проблемы. Ja, das ist ja nicht so. Wie läuft ja? Wir sind. Es war nicht so. Du bist also die Flaber. Was sind aber nicht so. Weit du nicht so. Wo ist es? Ja, wirklich. Wie geht das? Dafür rin. ein bisschen zu langsam macht schon coolen schaden die stimme eines engels und sein selbst gebrauchter war genial du musst die anderen finden wie ich mag deine begeisterung bestie was was Was? Was? Nein, nein, bitte nicht! Ich will nicht explodieren! Oh, halt die Klappe! Du explodierst schon nicht! Wahrscheinlich jedenfalls! Ich krieg langsam Übung! Und wenn du nicht willst, dass man grauenhafte Experimente an dir durchführt, dann hättest du eben Teil der Familie werden sollen! Ehrlich, selber schuld! Vercuvio hat's auch erwischt. Er hat mir beigebracht, wie man beim Würfeln schummelt. Ich würde Torakalypsus so gern an Corilax, den unbesiegbaren, verföttern! Und Corilax schuldet mir was? Such die anderen! Beim Würfeln schummeln. Der Auserwählte... äh, der Auserwählte ist ein Sterbender. Wie ist denn die Mama gesagt? Du, Niete! Ich werde ihn! Ich werde ihn! Du, Niete! Ich werde ihn! Ich werde ihn! Ich werde ihn! Ich werde ihn! Ein weiterer ist verstummt! Ja, abend den Kampf! Und er hat sich nur totgestellt! Verteidige dich! Verteidige dich! Sie ist zwar lange eine! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ja! Wie jede Scheiße resistent wie ich noch war. Was auch immer das war. Demnächst lade ich mal einen aus meinem Gefolge auf. Vielleicht klappt es mit wenigen Subjekten besser. Dann brauche nur noch einen Namen für meine Crew. Troy Boys? Ne, blöd. Super geladene, glühende, mega badasses. Bisschen zu lang. Gesalbte? Bingo! Gottkönig Troys Gesalbte. Das ist es! Sein Name war Beckett. Schurke, Bankräuber, Freund. Bleibt nur noch Dean. Ich befürchte Schlimmes. Ach, wieso nicht runter... Ach, ich Depp. Oh ja, Container. Oh, Runtersliden. Woops. Ah! Das sind noch was. Claptrap-Näste gewesen. Links gibt's Parts. Ja. Parts. Oh, yeah. Ich wusste nicht, dass Claptrap's ertrinken können. Jetzt habe ich ganz neue Ängste! Danke! Das der neue Anführung wird meine Freundin nicht mit mir verwechselt. Freunde, hin oder her! Niemand stiehlt mir die Schau und überlebt! NIE-MANND! Hahaha! Ist das eine Anspielung auf dem Ninja Assassin? Ja, kann sein. Hello? Anybody home? Was? Wo? Die Klampe alle hier? Mega cool! Mein erster Gesagter! Wer will gegen ihn kämpfen? Du! Du und... Du! Was ist das für ein Ding? Das ist Deans Stimme! Findet zumindest seine Überreste, Kammerjäger! Das schulde ich ihm. Reiß sie in Stücke! Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Dahin, wo du hergekommen bist. Oh, ich wusste grad das managen. Mein Robo kriegst du das. Unbesiegbar! Es ist also... Hier ist gefallt, aber warum gibt's keine Musik? Verpflegst du Arzt? Da geht Musik an. Also im Game. Ja, aber keine Action. Sind das so wenig bei Gegnern oder was? Wir sind hier nicht bei Doom, ja? Wo ein Gegner kommt und die Party bricht aus. Naja, und dann fängt die Party erst an bei einem Geck. Oh, wo würde ich denn jetzt nicht gefallen? Ist er geklippt? Ach ne Leute, das ist tatsächlich nötig. Da haben wir ja Agent Gods Part 2 gespielt, ne? Alter, ist das geil. Einfach nur geil. Das ist wie ein Film und du bist im Film drin. Ins 1 Film? Ja, das ist megageil. Und dann noch in 4K, denkst du, boah. Kannst du dann auch wie in dem Film, wenn die Ego für Steve in den Spiegel gucken? Ja. Dann sehe ich aber mich. Nicht in Doomray, sondern mich, Kappa. Mh, 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 mh. Right! Dean, er lebt! Du musst ihn befreien, Kammerjäger! Au. Entspann dich, Freund. Du bist Dean, ja? Hammerlock schickt mich. Hammerlock? Ja, ich kannte... Ich kannte einen Hammerlock. Lustige Ausdrucksweise. Er hat dich geschickt, um mich zu retten? Gut. Oh nein, er ist zurück! Er ist zurück! Was war es? Lass sie deine Wut hören. Ich mag es, wenn du wütend bist. Das war eine gute Jagd. Du hast das Ding echt umgebracht! Was ist das? Ja. Er hat die Barrier. Oh, komm es hin. Legendary für mich, oder? Ich mach mal was mit mir. Ich mach eins mit mir. Na Leute, hab ich schon. Quasi. Jetzt nur mit besseren Stats und höherem Level wahrscheinlich, ne? Weiß nicht. Bucke gerade. Ja, Handhaltung ist ein bisschen besser. Die Genauigkeit ist schlechter. Und der Schaden ist ein bisschen höher. Und jetzt? Danke. Die anderen sind alle tot. Ich hatte einfach Glück. Ich habe schon die Hoffnung verloren. Ich dachte, ich wäre... Ich... Du weißt schon. Die Waffe hier ist für dich. Wenn du jemals diesen Troy siehst, schieß ihm das Gehirn raus, ja? Ja, hab ich vor. Ah, guck dich an, deswegen ist es jetzt auch so, wenn man da umguckt. Jetzt können wir unsere Häkel- und Waffenbastelstunden fortsetzen. Seltsamerweise sehr ähnliche Fähigkeiten. Ah, die Pistolwohns hier gehen, aber das ist... Bad. Ich mit Hammerloch. Alright. Ich weiß noch, ob er nicht erkundet wird. Eine Kiste. Was? Welch prächtige Beute. Alter, Alter, Alter. Da bin ich ja... ...rechten Fall. Ich mag euch alle mit Tod bekannt. Viel Spaß beim Verfaulen. Wie könnt ihr wenn alle mit Nerven zu Rio sein machen? Schwer. Hatt fall. ich habe ist dass man die besser sehen kann dann wenn die angefroren sind dann kann wir kann man die besser sehen ist nicht das gut nein was man der gegner gesagt hat den moment über die zwingsgötter zu sprechen und ich so nein ein klägliches leben ein passender tod ich bin ja gerade verhandlte rauer da gehört ich bin blöd dass ich ein roboter bin Eeeh... Was... Oh, ja, 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 ja. noch irgendwer jemand aufs maul ich glaube die haben genug vorerst mein meg vorzeitlich verlasse dann wird sich die zeit anrichtet die nur übel ist haben auch sowas wie google da kann jeder idioti der zeit eine bewertung abgeben ja ich meine bewertungen egal wo egal über was ich noch will ich selber bilden davon davon jetzt auf seiten nur ein stern warum was selber nicht so ist okay mag ich zu bezweifeln dass du ewig leben wirst ja was habe ich dir gesagt ja 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 wenn das mal nicht die lebende legende ist gute arbeit kammer jäger den banditen hast du es gehörig gezeigt gesundheit während du reliance aus dem griff dieser kdk teufel befreit hast habe ich dieses abspiel gerät wieder flott gemacht finden wir heraus wurde das abspielgerät wie wärs kammerjäger mein nächster aleph test steht an der gedanke dass das vielleicht die letzten worte von montgomery jacobs war wenn sie dir viel von er gibt hat die cd gibt sie uns und wir müssen sie abspielen ich bin besoffen und hab schiss junge die fanatiker sind hinter den kammern her und somit hinter uns ist nur eine frage der zeit also hör zu die große reserve der ölige friedhof und das familienjuwel da findest du den schlüssel junge der jacobs familienbaum hat jahrhunderte überdauert lass ihn nicht sterben ich vergesse niemals deine letzten worte okay das familienjuwel ist das schiff meines vaters es ist im dschungel abgestürzt nicht lang nach seinem tod sucht das juwel kammerjäger wenn die kryptische nachricht meines vaters stimmt ist ein schlüsselfragment an bord alles der und ich gehen inzwischen den anderen beiden hinweisen nach ein dreck der tief in wildes land führt ich bin neidisch kammerjäger hat jemand ein fläschchen mit rockalgen gesehen irgendjemand aufgepasst schleimscheißer gefällt euch die slum tour durchs paradies sag einfach bescheid wenn die kammer offen ist ja es ist einfach toll wenn das abendessen schon auf einen wartet bis später ihr arschgeigen dann schallst du rüber und wieder gebietswitze und hier kommt der funke sehr gut Aufzug Aufzug Badmobil Badcave BallINA alter 2K für eineraum Superhildenlandung Yeah Ja Nimm nicht deine blöden Beine hol dir ein paar Heifeln Der hat mich eben zum Schützen gelegt. Das ist mein Ninja. Huch, was will denn denn? Das liegt dann. Oder was? Ja klar! Viel Levels hat er ein. No! Unsichtbare Mann. Fuck you! Ja! OGG, fuck you! Stay out, Act the Volcano. Ja, guck mal dahinten. Was da ist. So eine Feuerwehr, du! Literal ein Volcano. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Okay, fertig mit warten. So ein Scheiß! Hilfe! Hilfe! Oh, Moment, Moment, Moment! Ich empfange ein Echo-Signal! Scheiße! Ja! Ich bin gerettet! Hier drüben! Langsam! Ja, wir sind in Jurassic Park. Ich suche das Familienjuwelen. Oh, ich kenne das Familienjuwelen. Ich bin Bailex, der Navigator des Schiffs. Ich werde's dir beweisen. Hier sind die Koordinaten für meine Nachricht. Oh, die Leute sind coole anfällig. Nice! Hier wird uns legen. Deine Spreche wurde zur Kenntnis genommen. Die Misere sind halt Halbblüter. Zum größten Teil. Es waren Blüter. Es war glücklich, aber schief die Mache! Nee, nicht so. Ich weiß, dass wir da war!